Hallo Freunde meines rostigen Kanales. Heute spielen wir Illusion Ghostkiller. Einfach die Sprache ändern. Portugies, Inglese, Controls, Action, Maus, Pickup, Shift, Run, Crowd, Flashlight und Off alles. Klärchen, Bärchen, Play. This is a place full of strange things. Many people have heard scary things coming from this place. I want to find out what do happens in this place. Also hier passieren komische Dinge und mal rausfinden was da Sache ist. Ziel, platziere sechs Kameras in the areas. Ah, aber Brasil, lieber Brasil. Also die Maus ist sehr sensibel. Gehen wir mal hoch und gucken was uns hier erwarten wird. Ich soll sechs Kameras platzieren. Aber ich weiß gar nicht wo Kameras sind. C2. Sollte ich mir das merken? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Ich konnte auch noch nichts aufnehmen. Steht da was? Steht da was? Ich sehe wieder Dinge die es gar nicht gibt. Wo sind wir hier? Hallo? Also da sind wir her gekommen. Und da sind wir glaube ich runter. Nein, wir sind hoch. Wir haben ja den Plan verloren. Hier haben wir rechts. Ja wir gehen rechts, rechts geht nicht. Ja Leute, was erwartet uns hier? Im Moment noch gar nichts. Hier kann man sich auch verlaufen. Na? Ich habe kalte Finger. Wo sind wir hier? Ah, E gedrückt halten. Bäm. Ah, die roten Points. Woh. Hallo? Ah, Hilfe! Liegt sie fort. Es verfolgt uns. Ich renne! I run, I run, I run. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hier war es falsch. Ich bin nicht hier der Steuerungsmeister. Gesundheit, regeneriere ich mich wenigstens weiter. Ah, hier muss ich eine Kamera hinmachen. Boah, die Traudel verfolgt uns, ja wunderbar. Also gesundheitsmäßig sieht es natürlich sehr schlecht aus, ich bin leicht Konfuzius. Gibt es hier irgendwas, wo ich eine Kamera platzieren muss? Nein. Hier auch nicht. Also mir macht das Spiel richtig Spaß und ich hoffe ihr habt auch ein bisschen Spaß. Die Leute, die es sehen. Die Leute, die es nicht sehen, die haben Pech gehabt. Weil mir macht es Spaß. Und es soll ja Spaß machen. Aha, hier war ich schon. Was? Jetzt komme ich wieder hier rein. Oh. Also man kann sich ja hier auch gar nicht, gar nicht verlaufen. Nein. Ich schon. Auaah. Uuuu. Ahahaha. Shhhhh, shhhhh. You died. Menü. Jetzt weiß ich wie es geht. Spiel wir gerade noch mal. So steht es ja nicht, aber mein Englisch, dass das mit dem Kreis jetzt tut, sorry, also wo geht es jetzt lang? Hier war ja kein Kreis, also ich gehe jetzt erst einmal durch die Brühe hier, wie gesagt, ich spiele es ja nur auf dem Laptop, daher auch etwas schwierig für mich, auch von der Qualität her, die Tasten hier zu finden und ich bin ja nicht so der Gamer, ich funzt mich da irgendwie erstmal rein, so langsam, habe ich dieses Ding hier gefunden, Sache selber zu spielen und es macht richtig fun und ich kann es jedem nur empfehlen, die Spiele sich runterzuladen, gibt es ja gerade kostenlos, alles in der Videobeschreibung und selber zu spielen Hilfe, 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 ich finde den Knopf nicht Es verfolgt uns Böse, 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 Böse. Soll ich vielleicht die Flashlight ausmachen, wenn das Viech kommt? Ichi! Ichi! Jeff? Ne, Jeff? Das ist ne Idee, dafür hält meine Flashlight. Ja, ich bin halt ein bisschen schüsselig, tut mir ja leid. Tut mir echt leid, Leute. Aber ist alles nicht so einfach. Für mich. Aber ich gebe mir Mühe. Da haben wir schon eine Kamera. Na. Wo ist jetzt ein roter Punkt? Hallo? Und? You died. Ja, Leute. Wie gesagt, ladet euchs runter. Gibt's kostenlos. Alles in der Videobeschreibung. Ich fand's sehr nett. Bin halt ein bisschen schüßlich. Aber für zwischendurch, euch das mal zu zeigen, was es alles gibt. War's ganz nett. In diesem Sinne. Habt euch lieb. Seid nett zueinander. Haut euch nicht auf die Kappe. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschalten werdet auf meinem rostigen Kanal. Und bis dahin. Alles Gute. Tschüssi. Danke.